Wow! Es war geraten, wirklich. Echt? Mit der letzten Frage habe ich halt noch mal rausgehauen. Okay. Okay, also? Okay, gut. VfL Wolfsburg. Potsdam. Bayern München. Eintracht Frankfurt. SC Sand. Werder Bremen. SV Meppen. Duisburg. Fünf Sekunden. Schaut um. Leverkusen. Freiburg. Essen. Hoffenheim. Da hatten wir alle, oder? Ich glaube tatsächlich, dass wir alle... So was hat mir noch nie herzlichen Glück gehabt. Wow! Richtig gut! Jetzt der Punkt aber in Bayern. Ja, cool. Okay, jetzt den ganzen Kader. Kevin Trapp. Bastos. David Abraham. Hintziger. Marco Russ. Kostic. Hasebe. Tatsache. Tatsache. Hebe. Irgendwas mit Haar noch. Ah, keine Ahnung, nee. Hader, Freiger, Pajo, Lea Schüller, Oh Gott, das war es doch schon, oder? Magul, kann es sein? Ne, ich bin raus. 50 Frankfurt, Wolfsburg, Lyon, hat Bayern mal rum? Schade, mein Tag. Leichtathletik? Turnen? Tennis? Eishockey? Triathlon? Fußball. Eishockey? Habe ich schon gesagt, ja. Saskia Batusiak? Alex Popp. Birgit Prinz? Sausage? Annike Kran? Anja Mittag? Ja. Silvia Neib? Silke Rottenberg? Boah, die wollte ich auch sagen. Bettina Wiegmann? Das ist irgendwie die ganze Trainer. Ja. Maren Meinert. Die ist nicht dabei. Ne, hat keine 100. Ehrlich nicht, 99 bestimmt. oder so. Ich kann eins sagen. Aber eigentlich habe ich immer gar angefangen, als ich mit so anfange. Ja, Freiburg. Duisburg? Ehrlich? Oh, Quatsch. Boah. Jetzt bei mir schon auch. Keine Ahnung, hat die Leverkusen gespielt? Ja, Glückwunsch dann ja. Knapp. 5-3, oder? Ja. Mit der letzten Frage habe ich halt nochmal rausgehauen. machla fo- auf하는 une Wave errichtung. Scheerem aber auch mich, nur die disruptivität, Und zwar, wie passiert das denn Head expect? Ich kann mich.